Die Bulimie oder Bulimie Nervosa ist die sogenannte Essbrechsucht, eine der Essstörungen, die heutzutage häufig vorkommen und oft in der Adoleszenz erstmals auftreten. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass die Betroffenen, meist Frauen, beginnen mehr auf ihr Äußeres, auf ihr Gewicht zu achten, dennoch starken Hunger haben, manchmal sich häufig bremsen und zurücknehmen, den Hunger versuchen zu kontrollieren, der dann irgendwann durchbricht und dazu führt, dass große Mengen zu sich genommen werden, die häufig zur Regulation des Gewichts, aber auch aufgrund des Ekelgefühls, das entstehen kann, wieder erbrochen werden. Dass das in der Zeit der Adoleszenz auftritt, hat damit zu tun, dass diese Essstörungen, als Verhalten eigentlich ein Heilungsversuch ist. Also diejenige versucht, die Betroffene versucht, die psychische Stabilität zu erlangen oder zu erhalten, indem sie die aufkommenden Impulse über das Essverhalten reguliert. Und die Adoleszenz ist ja, wie wir alle wissen, geprägt von sehr starken Veränderungen des Körpers und auch der Triebkräfte und der Aggression. Und das sozusagen im Zaum zu halten, da sind viele überfordert und entwickeln unter anderem zum Beispiel dann die Bulimie. Die Prognose ist relativ gut, lässt sich auch gut behandeln, auch in jungen Jahren, sodass im späteren Alter ein völlig normales Essverhalten, normal heißt hier reguliert, über Hunger und Sättigung erreicht werden kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017